Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Wie baut man was? Und heute bauen wir eine Secret Base. Du kannst immer noch hier oben in der Ecke voten, was wir als nächstes bauen sollen. Wenn dir das Video gefällt, kannst du gerne liken, wenn noch nicht geschehen, den Kanal abonnieren. Wir bauen sofort los. So, für unsere Secret Base brauchen wir erstmal ein Haus. Und zwar ein ganz normales, wie ihr das wollt. Ich habe mein kleines, modernes Haus hier hingebaut und wir gehen mal da rein. So, wir haben jetzt hier eine Wand mit drei Schalkerboxen, die auf der Seite liegen. Also wir können die alle drei drücken. Alles okay. Natürlich geht sie hinten noch weiter. Also hier kann man noch rein. Und wir wollen jetzt aus einer dieser Boxen einen geheimen Eingang machen. Aber gleichzeitig einen Raum hier hinten hin. Damit man vielleicht denkt, hier hinten ist noch was. Also damit das Ganze ein bisschen unscheinbarer wirkt. Aber das ist ja kein Problem. So. Dafür gehen wir erstmal hier hinten rein und suchen uns eine Schalkerbox aus. Ich nehme jetzt hier die in der Ecke. Wir machen mal ein bisschen Platz. So. Und machen dahinter drei Blöcke. Wir brauchen nämlich eine Sensorschiene, drei normale Schienen. Zwei Antriebsschienen, ein bisschen Redstone, eine Lore, eine Sticky Piston, ein Bestärker, einen Hebel und eine Redstone Fackel. Auf diese drei Blöcke machen wir so Schienen. Man muss natürlich wissen, dass die Schalkerbox hier in den Raum rein aufgeht. Also nicht so nach oben, sondern so zu uns. Um das so zu bauen, macht man einfach hier vor gerade so zwei Blöcke. Dann setzt man da die Schalkerbox rein und macht die zwei Blöcke wieder weg. Okay. Jetzt haben wir hier die drei Schienen. Davor machen wir eine Antriebsschiene. Davor eine Sensorschiene. Und wir sehen, es geht jetzt hoch, aber connected nicht. Und das soll auch so sein. Dahinter wieder eine Antriebsschiene. Dann machen wir links und rechts die Schiene weg und machen da weißen Beton hin oder irgendwas. Hier machen wir zu. So. Hier links machen wir eine Redstone Fackel, damit diese Antriebsschiene Strom hat oder ein Redstone Signal. So. Dann müssen wir unter unsere Sensorschiene, also hier hin und machen da Redstone. Machen wir gerade Platz, damit wir was sehen. Ja, hier. Sensorschiene Redstone. Dann gehen wir ein in Richtung der Schalkerbox. Nach unten machen wir auch Redstone. Und dann wieder ein weiter. Da machen wir eine Redstone Fackel so. Okay. Jetzt müssen wir über der Redstone Fackel, müssen wir jetzt die Sticky Pisten machen. Dafür gehen wir wieder hier an die Seite und graben uns mal hier drunter. Da ist sie. Ja. Und da muss jetzt eine Sticky Pisten drauf. Und die sollte ausgefahren werden, genauso wie die Wand, damit man das natürlich so schön verstecken kann. Das Prinzip ist ganz, ganz simpel dahinter. Wir nehmen jetzt eine Lore, setzen die hier drauf. Die ist jetzt so gedreht. Wenn wir jetzt die Schalkerbox öffnen, dann wird die hier runter geschubst. Gibt ein Signal. Und das Signal öffnet die Pisten. Und wird auch gleichzeitig wieder hochgeschubst. Wir haben es auch gehört. Hat funktioniert. Wir machen es nochmal von der anderen Seite. Okay. Jetzt brauchen wir natürlich hier drunter erstmal Platz, damit wir da was machen können. Wir stellen uns mal hier hin. Wir sind drin. Aber jetzt müssen wir das Ganze auch irgendwie öffnen können von hier. Dafür machen wir nicht unter der Pisten, sondern daneben einen Hebel. Da ist unsere Redstone-Fackel. Und jetzt muss dieser Hebel im Prinzip in diese Redstone-Fackel gehen. Dafür gehen wir hier rechts rum. Machen einen Repeater in dem Block mit der Fackel drauf. Und einfach Redstone einmal so rum unter den Hebel. Auf. Zu. Wunderbar. Jetzt können wir hier einfach schon alles mit Akazienholz oder wie wir es wollen verkleiden. Das ist ja Geschmackssache. So. Hebel. Ganz simpel. Hier ist jetzt natürlich offen. Aber das ist ja nicht schlimm. Das ist ja unsere Secret Base. Das muss man ja... Der, der hier wohnt, der weiß das ja eh. So. Okay. Das war jetzt sehr dumm. Gut. Wir könnten vielleicht so machen. Und hier auch nochmal so ganz simpel verkleiden. Und hier können wir natürlich noch Leitern dran machen. So. Dann könnten wir nämlich jetzt so hoch. Hier raus. Und dann drücken wir den Hebel. Und fertig. Das Ganze ist zu. Äh. Was ist das Problem? Die Leitern sind das Problem. Da muss man dann natürlich gucken. Hm. Funktioniert nicht so geil mit den Leitern, ne? Wenn wir nur eine Leiter machen, kommen wir aber nicht raus. Wie machen wir das jetzt am besten? Ja. Da muss man gucken. Das Ganze ist eine Übungssache. Mit den Leitern. Weil. Man kann da auch... Ja. Ach, ich habe jetzt den Hebel gar nicht gedrückt, ne? Ich bin auch sehr, sehr schlau. So. Warte. Doch. Der Hebel war doch gedrückt. Jetzt müssen wir gerade mal gucken. Oh. Das Minecart hat sich verschoben. Man muss hier hinten natürlich einen Block lassen. Okay. Also. Hier. Einen Block lassen. Und da auch. Damit das Minecart nicht verschoben wird. Nochmal. So. Hier können wir natürlich zumachen. Das brauchen wir hier nicht mehr. Aber. Hier haben wir jetzt natürlich immer noch das Problem. Mit diesen Leitern. Das ist nicht so einfach, ne? Man muss das ein bisschen üben. Ja. Vor allem sollte man auch auf dem Block stehen. So. Man sieht. Es funktioniert. Ist jetzt natürlich sehr dunkel hier. Aber. Man kann da durch. Rutschen. Sozusagen. Man muss nur schon den Leitern runterrutschen. Während das wieder zu geht. Alles eine Timingsübung. Oder Sache. Das ist auch egal. Man kann natürlich auch die Leitern hier dran machen. Wie man mag. Das ist jedem selber überlassen. Jetzt muss er den Hebel wieder drücken. So. Na. Das war zu schnell. Und wir sind unten. Okay. Funktioniert. Jetzt müssen wir hier natürlich nur noch eine. Secret Base drunter bauen. Dafür nehmen wir uns erstmal eine Fackel. Und packen die in die Offhand. Damit wir immer schön was sehen. Und ich würde Akazienholztreppen natürlich nehmen. Damit wir hier das Ganze einfach gleich sehr schön weiterbauen. So. Wie wir auch oben den Boden gemacht haben. Ne. Gleich hier. Zack. 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 Ein paar Treppenstufen runter. So. Und vielleicht noch eine. Ne. Dass man hier direkt so ein Akazienholz abgangen hat. Einmal noch hier schön verkleiden. Geht ganz schnell. Und hier nochmal. So. Hier kann man das Ganze natürlich dann auch schon schön machen. Hier würde ich vielleicht eher eine Treppe rein machen. Damit man nicht so ganz. Den. Kopf sich an der Decke stoßen mag. Und wenn man dann hier unten ist. Kann man einfach. Einen Raum machen. Ne. So. Eine Tür. Oder vielleicht lieber eine Treppe so. Wir nehmen uns mal eine. Schwarzeichenholztür. So. Ist auch ein Block. Kommt immer drauf an. Wenn man die Tür andersrum baut. Dann kann man eine Treppe nehmen. Aber. Gut. Jetzt sind wir unten in unserem Raum angekommen. Ich würde die Räume ehrlich gesagt sehr klein halten. Also gar nicht mal eine so sehr große Secret Base bauen. Ich würde einen 3x3 Raum lassen. Der uns im Prinzip in die drei wichtigen Räume bewegt. Und zwar. Einmal hier rein. Einmal da rein. Und einmal da rein. Wirklich ganz einfach gehalten. Wir nehmen so weißen Beton. Machen den hier so als Säule. Das Ganze natürlich 3 hoch. Weil sonst hat man den Kopf immer so ein bisschen in der Decke stecken. Das ist unschön. So. Sind wir jetzt hier. Und gehen dann jeweils in die Räume. In die wir wollen. Hier lassen wir natürlich so den Akazienholzblock. Aber hier. Einmal so. Einmal so. Und einmal so. Wenn man noch ein bisschen Deko haben möchte. Dann kann man noch Quarz Treppen nehmen. Und dreht die halt hier rein. So je nachdem wie man die Tür baut. Und hier oben in die Mitte macht man einfach eine Seelaterne. Damit man auch Beleuchtung hat. So. Ganz simpel. Unten würde ich wie immer Akazienholzboden nehmen. So. Sehr einfach. Dann wie man mag. Rechtsrum würde ich ein Enchantment Room machen. Dafür brauchen wir ein bisschen Platz. Jetzt haben wir 3 mal 3. Jetzt haben wir 5 mal 4. So. Jetzt haben wir 5 mal 4. Und jetzt haben wir 5 mal 5. Für den ganz einfachen Enchantment Raum. Einmal ausheben. Dann käme ich hier in die Mitte der Enchantment Table. Hier der Zaubertisch. So. Dann die Bücherregale drumherum. Das kennt man ja. Hier. 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 Und dann so. Das reicht schon aus. Wenn man natürlich sagt. Boah. Ich möchte so einen richtigen Bibliotheksraum haben. Dann zieht man das Ganze voll durch. Und hat hier so einen richtigen Verzauberungsraum. Wenn man jetzt sagt. Ich brauche ein bisschen was Mystisches. Oder so. Das ist ja jedem selber überlassen. Oder vielleicht ein bisschen. Weiß ich nicht. Dann kann man hingehen. Macht hier doppelt den Boden. So. Oder am besten macht man das Ganze 3, 4 Blöcke tief. Dann sieht das Ganze noch so ein bisschen. Tiefer und gefährlicher aus. So. Füllt das hier unten mit Lava auf. So. Zack. Dann hat man auch gleich seine Beleuchtung. So. Und hier oben macht man halt Glas hin. So. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr cool aus. Einfach so für so einen Enchantment-Raum. Oben. Weißen Beton. Fertig. So. Das hat halt schon was, ne? Gut. Das wäre unser Enchantment-Raum. Damit können wir schon verzaubern. Damit haben wir alles, was wir brauchen. Mehr oder minder. Wir müssen die Türen von hier setzen. Wegen der Treppe oben. Hier. Kommen wir gleich zu. Hier würde ich dann eine Küche machen. Mit so ein bisschen. Naja. Ich sag mal mit einem Amboss. Mit einem Braustand. Und verschiedenen Dingen. Dafür. Werden wir einfach uns ein bisschen Platz machen. Natürlich wieder der Kopf oben. Da brauchen wir auch Platz. So. Wie groß man das Ganze macht, ist einem selber überlassen. Ich würde es aber ehrlich gesagt auch 5 mal 5 machen. Damit wir dieselbe Raumgröße beibehalten. So. 2, 4, 5. Einfach damit das Ganze ein bisschen symmetrisch und in der Gewohnheit bleibt. So. Einmal so. Und jetzt können wir natürlich eine D-Laterne nehmen. Da können die wieder hier so rein machen. Neben Quarztreppen machen die so. Und schon haben wir unsere Seelaterne ein bisschen schön ausgemalt. Und wir können natürlich noch so machen. Dann genau andersrum. So. Raum. Einmal Akazienholzboden. Betonwände. Quarztreppen. Seelaterne. Und jetzt müssen wir natürlich mal gucken, dass wir hier eine Küche reingezimmert bekommen. Da wir hier wahrscheinlich ein bisschen mehr brutzeln wollen, machen wir links und rechts einen Ofen. Dann nehmen wir uns noch einen Kessel. Den können wir hier hinhauen. Und einen Amboss. Den können wir dann vielleicht hier in die Ecke setzen. Hier in der Mitte machen wir dann, wie man das halt gewohnt ist, einen Eisenblock mit einem Spender. Und hier unten. So. Und so. Hier kommt dann noch ein Knöpfchen drauf. Und hier können wir, was wir wollen, eine Steinstufe vielleicht. So. Dann hier, 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 hier auch noch. Und in die andere Ecke kommt noch mein Ofen. Dann nehmen wir einen Braustand. Können den einfach da hinstellen. Und wir haben eine kleine, funktionale Küche. Wir haben hier einen Kessel. Wir haben einen Amboss. Wir haben zwei Öfen. Wir haben einen Kühlschrank. Und einen Braustand. Das Ganze kann man jetzt noch ein bisschen verfeiner, noch ein bisschen schöner machen. Und einrichten, wenn man möchte. Dafür kann man die Quarztreppen nehmen. Und macht die zum Beispiel nochmal so. Damit das so aussieht, als hätte man hier so in die Wand eingelassene Regale. So. Und hier an der Wand kann man zum Beispiel Eisenfalltüren nehmen. Die man dann auf der Höhe so macht. Und da noch jeweils eine Truhe draufstellt. So. Und so. Wenn man hier eine Werkbank haben möchte. Hier in die Ecke. Zum Beispiel. Aber so ist das Ganze schon ganz simpel eingerichtet. Ganz hübsch. Kann noch einen Blumentopf nehmen. Mit einem Porzellansternchen. Stellt es vielleicht hier hin oder so. Aber das sieht doch schon mal sehr gut aus. Okidok. Kommen wir zum nächsten Raum. Der ist hier. Wieder machen wir den 5x5. Verkleiden den, wie wir es gewohnt sind. Und Akazie auf dem Boden. Weißen Beton als Wand. Und dann schauen wir mal. So. Der selbe Raum wie in der Küche auch. Mit der selben Deckenbeleuchtung. Alles das selbe. Hier würde ich hingehen. Ein sowohl Schlafzimmer als auch Equipmentzimmer draus machen. Das heißt ein Bett in die Mitte. Dann würde ich 2 Amor Stands nehmen. Für da und da. Die man dann halt mit seiner speziellen Rüstung vielleicht Equipment. Die man haben mag. Hat man vielleicht Gold für schöne Anlässe. Diamant für wenn es wirklich brennt. Dann würde ich noch einmal Truhen nehmen. Und die kämen hier hin. Und hier hin. Wobei hier ist es schwierig. Das geht nicht so gut. Aber so können wir es ja lassen. Und hier auch. Und das Ganze. Damit wir das öffnen können. Müssen wir natürlich so. Quarztreppen drüber machen. Hier nicht. Hier bleibt der weiße Betonblock. Aber da muss eine Quarztreppe drüber. Jetzt können wir das aufmachen. Hier haben wir jetzt das Problem. Dass wir hier auch durchgucken können. Also doch lieber. Eine Einzelkiste. Dann machen wir das hier drüben auch. Damit das Ganze symmetrisch bleibt. So. zwei Einzelkisten hier. Dann können wir ja hier neben nochmal zwei Einzelkisten machen. Wieder Quarztreppen drüber. So. Dann haben wir hier schon mal vier Kisten. Wir haben zwei Amor-Stands, die voll sind. Hier können wir lustigerweise auch eine Jukebox in die Ecke stellen und irgendwas abspielen. Wir können hier noch einen kleinen Schreibtisch hinmachen, wenn wir wollen. Das ist ja ganz simpel. So mit Eisengitter. Einem Faden. Und vielleicht ein bisschen Teppich. Oder wir nehmen jetzt direkt einfach Falltüren. So und so. Das ginge auch. Oder wir machen hier ein bisschen tiefer einfach so. Das ist dann jedem selber überlassen. Hier drauf kann man dann verschiedene Dinge tun. Eine Steindruckplatte kriegt man leider nicht drauf. Ich würde es so feiern, wenn das gehen würde. Aber gut. Wir nehmen einen Rahmen. Den machen wir dann vielleicht mal hier an die Wand mit Glas rein. Da drauf machen wir einen Teppich. So ein bisschen für den Tastaturersatz. Schon hat man da so einen kleinen Computer, Laptop, wie auch immer. Wirklich ganz simpel gehalten. Hier neben kann man dann noch einmal Akazienholzblöcke zum Beispiel nehmen. Ich mache da Rahmen drauf. Und den Blumentopfen nehmen wir auch mal gleich. Und wir nehmen wieder unser Porzellansternchen und Eisenfalltüren. Und noch schwarze Banner. Dann können wir nämlich hier jeweils ein Schränkchen machen. Banner, Banner. Hier noch zwei Töpfe vielleicht so. Und in der Mitte noch ein Bild. Das ist ein bisschen groß. So. Schon haben wir hier ein kleines Storage mit Schlafmöglichkeit. Hier haben wir eine Küche mit allen möglichen Möglichkeiten. Und hier haben wir unseren genialen Enchantment Raum. Jetzt kann man hier natürlich jeweils noch ein Blümchen hinstellen. Und hier auch. Und schon sind wir eigentlich durch mit unserer Secret Base. Und haben unter... Hier muss eine Treppe hin. Im Übrigen. Wir müssen gerade mal gucken. Ne, da geht auch keine Treppe. Okay. Wir müssen hier das Ganze ein nach innen verlegen. Glaube ich. Ne, das geht. Nein, das geht nicht. Okay. Dann müssen wir hier einfach die Tür eins nach innen verlegen. Also, so. Jetzt ist sie nach innen verlegt. Und hier innen machen wir einfach noch so. Dann passt das Ganze. Können hier wieder hoch. Drücken unseren Hebel. Und hier ziehen wir letzten Endes einfach so eine Wand rein. Und haben da noch einen kleinen, aber feinen Stauraum, den wir nutzen können. Ganz simpel. Ganz einfach. Hier passiert nichts, wenn man das schnell genug auf und zu macht. Dann kriegt man davon nichts mit. Wenn man allerdings ein bisschen wartet. Dann ist man schon durch. Und das ist unsere Secret Base mit der Schalkerbox. Ich hoffe, dir hat diese Secret Base gefallen. Wenn ja, kannst du das Video gerne liken. Wenn noch nicht geschehen, den Kanal abonnieren. Ansonsten kannst du hier oben in der Ecke immer noch woken, was wir als nächstes bauen sollen. Von meiner Seite heißt es nur. Vielen lieben Dank fürs dabei gewesen sein, fürs Zusehen und ciao mit. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.